In St. Martin im Mühlkreis entstehen ab sofort 40 Wohnungen in zentraler Lage mit wunderschöner Südwest-Aussicht. Das ehemalige Firmengrundstück der Firma Strassersteine wird revitalisiert und für junge Familien, aber auch für ältere Personen oder Singles bewohnbar gemacht. St. Martin im Mühlkreis, ein wunderbarer Ort zum Leben und Arbeiten. Nahe dem Marktplatz entsteht nun ein neues Wohnbauprojekt, durch das eine Baulandbrache in Zentrumsnähe revitalisiert wird. Wir sind an einem historischen Platz. Die Firma Strasser hat damals 200-300 Leuten einen Arbeitsplatz geboten. Und dann hat sich die Firma irgendwann dazu entschlossen, an das Bundesstraßengelände hinauszugehen, damit alles an einem Standort ist. Und das war eine sehr mutige, aber auch eine richtungsweisende Entscheidung. Und wir sind sehr froh darüber, dass dieses Gelände dann frei geworden ist und dass wir hier Wohnraum für St. Martin und St. Martinerinnen schaffen können. Die Wohnbauservice Immobilien- und Bauträger GmbH, kurz WOSIG, aus Walding, hat gemeinsam mit der Raiffeisenbankregion Neufelden dieses ehemalige Firmengrundstück der Firma Strassersteine angekauft. Die Lage ist fast einzigartig in St. Martin, weil es doch auf einen sehr schönen Südwesthang gelegen ist. In der Architektur ist es auch gelungen, hier die Gebäude so einzuplanen in diese Liegenschaft, damit alle eine sehr schöne Südwestzone auch auf den Lodschern und Balkonen erhalten. Und das wird hier in den nächsten zwei Jahren entstehen. Insgesamt entstehen hier 40 Einheiten, aufgeteilt auf eigentlich vier Gebäude. Im ersten Bauabschnitt zweimal zehn Einheiten und im zweiten bzw. dritten Bauabschnitt dann 17 und nochmal vier Einheiten. Im Sommer 2025 soll der erste Bauabschnitt abgeschlossen sein. Für die Gemeinde St. Martin im Mühlkreis ist dieser Spatenstich ein ganz besonderer Moment der Freude. Ich bin richtig froh, nachdem es im Eigenheimbau ja derzeit etwas hakt und stockt. Wir kriegen keinen Grund mehr, dass wir mitten im Zentrum von St. Martin, wirklich fußläufig ist da alles erreichbar, mitten im Zentrum von St. Martin so eine Fläche zur Verfügung haben und dieses Wohnprojekt umsetzen können. Wo früher die Menschen ihren Arbeitsplatz hatten, können sie hier nun künftig wohnen. In traumhafter Lage, zentral und doch im Grünen, mit wunderbarer Aussicht in die Berge. Nähere Infos zum Bauprojekt Wohnen in der Kirchenstraße in St. Martin gibt es unter wosig.at und Infos zum Bauprojekt droughtens. Wie? Untertitelung des ZDF, 2020